Nicht genug Männer Aber irgendwie schien auch ein wenig Resistenz gegen Eis zu entwickeln Feuer und Eis liegen ja nah beieinander Nur auf der anderen Seite der Skala So, ich habe kein Mana, ja ich weiß Und, ist doch kein Problem So, was ist es hier eigentlich so dunkel? Machen wir es mal ein bisschen heller Ob denen das auch so gefällt, ist die Frage Naja, da hinten muss ich von nichts treffen das, ne? Okay Hätten wir gekillt und, naja, die Ausbeute ist dürftig, aber Da kommt bestimmt noch mehr Ja, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, hier sind echt viele von diesen Kesseln Den werden wir mal trinken Und wir haben offensichtlich irgendwas gewonnen Sind die Kissen wieder zu, möglicherweise? Manchmal haben die ja so komische Auswirkungen Hier ist eine Small Chest Aber die Kisten sind es nicht Also Hat sich wahrscheinlich irgendwas verändert Resist Fire ist auf minus 4 Hm Haben wir irgendwas dazu bekommen? Also die Stats sehen mir ziemlich genau so aus wie vorher auch Und ich sehe hier oben keine Veränderung Also gucken wir mal Ins Inventar Hm Auch da sehe ich jetzt keine Veränderung Ich weiß also nicht, was das getan hat Identifiziert hat es auch nichts, wenn ich das richtig sehe Es hat möglicherweise irgendeinen Wert verändert, aber Ich weiß nicht welchen Das sieht mir aber ehrlich gesagt alles so aus wie es vorher war Also Gehen wir mal davon aus, dass alles in Ordnung ist Hier oben ist nichts Also gut Vielleicht hat sich irgendwas im Level verändert Aber wir haben auch keine volle Map Also Ja Mal schauen Es kann nichts Schlimmes sein Alles in Ordnung wahrscheinlich So Haben wir hier schon wieder einen Ja Das sind irgendwelche Specials Aber keine Bossmonster Ich dachte wir hätten schon wieder so ein Bossvieh Das scheint das Level der Dicken zu sein Der Dicken Renner Es gibt irgendwie immer für diese Levels so ein Thema Kann man sagen Also Manche Levels sind mit der einen Monstersorte gefüllt Und manche mit der anderen Und Das ist auch immer Abhängig vom Spawn Was man da gerade antrifft Ich kann hier mal ein bisschen Flammen rein So Es kommt immer auf Die Laune der Monster Ob die Bock haben Oder ob die gerade einen Arbeitstag haben Der sich verpflichtet Jetzt gerade an dem Tag da unten zu sein Dienstags arbeiten dann die Zombies Die sind da müde Möchten schlafen Bekommen die Mudrunner Müssen auch mitarbeiten Ja Ja das ist Management Ich meine letztlich Als Necromancer bin ich ja so im mittleren Management tätig Würde ich sagen Und Diablo ist halt quasi Der Vorstand Der Vorsitzende Der große Vorsitzende So was haben wir hier Ein Rezept für Necromancers Armor Das wäre super toll Wenn wir das nicht schon hätten Leider ist genau das der Fall So wir haben ja ein Buch Was mich interessiert Book of Emulation Das sagt mir jetzt gerade irgendwie gar nichts Und das gucken wir uns mal an Emulation Hm Lernen wir das mal Und schauen mal kurz drauf Auf unsere Spells Emulation Ist das Ja das ist das hier Der Spruch Sagt mir nichts Den haben wir glaube ich noch nicht Testen wir das mal Achso Ja den kennen wir von Diablo Der ist gar nicht so schlecht glaube ich Den könnten wir eigentlich mal hier mit auf eine Taste nehmen Leider nicht auf diese Da gehen nur diese Basic Sprüche drauf Der ginge Meteor Cluster Aber Dieser geht nur auf irgendeine Taste Auf dieser Seite Das ist aber ja nicht schlimm Was haben wir denn überhaupt so auf den Tasten Das 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 Okay Dann ersetzen wir mal Den Eis Und Packen den hier mit drauf Statt dem Guardian Okay Zumindest mal testen Oh Leviathan The Chorchera Mhm Okay Der ist zwar ganz cool Wenn man alles um sich herum hat Sicherlich Aber A Braucht er sau viel Mana Und B Aber der macht Fireballs Das ist natürlich mega cool Eigentlich Egal Jetzt ist mal langsam Zeit hier ein bisschen aufzuräumen Ernsthaft aufzuräumen Und Aufhören zu spielen Wo ist denn der Dicke hier Champions ist das Die müssen wir so killen So Ah ja Livia Sam The Torturer Ist immer noch am Leben Und unsere letzten Skelette Gehen gerade down So der ist cold enchanted Aber nicht Fire resistent eigentlich Aber das kommt wahrscheinlich mit Der Klasse Dass er das doch ist So Und jetzt ist er down Das war doch eine recht große Menge hier Und jetzt falle ich wahrscheinlich um Weil ich die Kiste öffne Das wäre noch so das passende Auf jeden Fall lassen die echt eine Menge Geld fallen 5000 Das ist schon ordentlich Da kann man nicht meckern Hier sind viele Kisten Aber diese Kisten sind mir sehr verdichtig So die anderen Nennmassen hier Aber auch relativ gut Gekillt Kann man sich nicht beschweren Nehmen wir noch das hier hinten mal Außer Gefecht Das ist am Ende sicherer Ich bin mal so kick Und öffne parallel eine kleine Kiste So Schade ist die Ich weiß gar nicht Bekämpft es auch die Gegner Oh Hier haben wir schon wieder irgendwas Ähm Wimpsen Heute Arbeitstag Die haben wahrscheinlich auch überhaupt keine Lust Die sind eigentlich Müde Und möchten heute gar nicht arbeiten Eigentlich hätten sie ihren arbeitsfreien Tag gehabt Aber dann ist wieder so ein wahnsinniger Necromancer hier in den Dungeon gekommen Und hat alles aufgemischt Dann wurden sie schnell gerufen Aus dem Urlaub Und aus der Arbeit Um das Problem zu beheben So ist das Ja ich sehe dich da hinten So Bleib liegen Du willst es doch auch So ich sammle zwar nicht immer alles auf Während ich hier rede und spiele Aber An einigen Dingen kann ich einfach nicht vorbeilaufen Und Muss jetzt vor allen Dingen erstmal ein bisschen Mana Zeug mitnehmen Damit wir nicht gleich nach oben müssen Und noch ein bisschen weitermachen können Außerdem bringt mir das Die tolle Möglichkeit den Dark Pact wieder ein bisschen zu aktivieren Also Ist das ganz gut Wir verlassen uns auch ruhig ein bisschen auf die Monster hier beim Kämpfen Teilweise Das ist sicherlich auch nicht ganz schlecht Außerdem habe ich schon wieder die Orientierung verloren Also wir haben den ganzen Außenbereich Hier hinten sind noch welche von diesen Viechern Ich mache mal eben Das Ganze so Auf den Sigil Blitz Der hat eine ganz gute Reichweite Und Nur mal Das ist jetzt irgendwie effizienter Das ist eigentlich So oft was ist Wie ich diese Elixiere Wegtränke Die da einfach im Gürtel gelandet sind Deswegen sammle ich ruhig noch mal ein bisschen Mana auf Und dann Pack mal die mal weg Ja was wird denn hier gekämpft Okay das war wohl hier ein kleines Schermützel Warum mache ich das Keine Ahnung Oh Jaja das war natürlich Vorkenntnis sozusagen Ich wusste dass da hinten was ist Ah da hat jemand einen Ring fallen lassen Das ist schön Das müsste die Bibliothek sein Die wir vorhin gesehen haben Von der anderen Seite Die können wir jetzt auch gleich mal in Anspruch nehmen Ich hoffe da ist mal ein gutes Buch drin Die Simulation ist ja endlich auch mal wieder was Neues Da will ich mich auch nicht beschweren So Lasst mich zum Buch Stonecursed Hm Warum nicht Ist jetzt auch nicht das schlechteste Buch Kann man sich eigentlich nicht beschweren Ist okay So Dann packe ich das hier mal rein Und dann gucken wir weiter Leider können wir es auch nicht mehr lernen Also Naja Und ich muss mal gucken was ich noch mit diesen Rezepten mache Die ich nicht lernen kann Ob die irgendwer kaufen in der Stadt Ähm Ansonsten könnte man sie natürlich tauschen Also Wenn irgendwer Interesse hat Kann er Meinen Spielstand haben Und dann kann er sich die da raus Klauben Den könnte ich eigentlich mal wieder hochladen Ich hab den schon mal hochgeladen Den Endspielstand von Dem ersten Diablo habe ich ja hochgeladen Also von dem ersten Durchlauf Und ich könnte das durchaus mal wieder machen Da habe ich eigentlich nichts dagegen Vielleicht sieht auch der ein oder andere Irgendein interessantes Item Was er einfach schon ewig sucht Und Nicht findet in seinem Diablo Und wenn ich das dann hab Warum nicht Das kann man sich ja so vorstellen Als ob ich dem Das schenke Also So kann man sich das erklären Ihr könnt es gerne haben Na So Irgendwann habe ich hier gerade eine Kiste gesehen Die ich So lösen wollte Aber Ja Ah Okay Cool Haben wir ja gut hinbekommen Ja diese Kisten sind echt Nicht ungefährlich Die rollen gut mit einmal auf Hm Ein Kiteshield in einer Kiste Die mir sehr verdächtig vorkam Das nehmen wir natürlich auch mit Ich meine Jetzt haben wir ein recht gutes Schild Denke ich mal Da können wir uns Nicht Beschweren Das sage ich übrigens öfter Aber Ja Warum nicht Nehmen wir mit Dann gucken wir mal weiter Vor allen Dingen in der Mitte So wir wollen natürlich vermeiden Dass wir den Speed aufwecken Also da werden wir uns Relativ vorsichtig Drum herumtasten Und werden wir den Abgang Vor allen Dingen auch suchen Es ist natürlich verlockend Da rein zu gehen Aber es macht auch keinen Sinn So wenn ich das richtig sehe Haben wir hier den Aufgang Das ist nicht ganz der Abgang Sonst würde es hier Aufgang heißen Oder Abgang heißen Statt Aufgang Aber ich kann mich gar nicht erinnern Naja wir sind deswegen Nicht hier rausgekommen Logischerweise Weil Wir natürlich jetzt Eben das Portal genutzt haben Ne Ist ja klar Das heißt der Abgang Könnte sich hier in dem Bereich Befinden Oder in diesem Bereich So und hier haben wir Auf jeden Fall noch Besuch Nicht genug Aber ich kann nicht Wir gehen mal wieder Auf den Mehrfachblitz Bei so einer Masse Es wird die Kiste kommen An der ich sterben werde Ich weiß es Es wird passieren Es ist so sicher Wie das Arm in der Kirche So machen wir hier mal Ein bisschen Licht Hier ist ja auf jeden Fall Noch irgendwas in der Ecke Ah Okay Da ist noch so ein komischer Schlammtyp Oder Lava-Typ Aber ich glaube Das Level haben wir Größtenteils Eigentlich dann Fast schon durch Wenn wir den Schmied Nicht normal machen Und ich glaube Das ist sehr unwahrscheinlich Dass wir ihn normal machen werden Book of Fireball Brauchen wir langsam Nicht mehr mitnehmen Habe ich hier gerade gefunden Das können wir Eh nicht mehr lernen Wir können es glaube ich Verkaufen Bei Adria Was heißt Glaube ich Wir können es verkaufen Bei Adria Aber auch das Wird uns jetzt nicht Unglaublich viel Geld bringen Da sind wir einfach Schon viel zu erfahren So hier wäre der Abgang Das heißt Wir hätten das eigentlich Großenteils erledigt Ich werde jetzt noch Einen kleinen Blick Da unten hinwerfen Und dann gehen wir In die Stadt So Dann sind wir hier in der Ecke Und können uns nochmal Was hier so hochkrebst Ein bisschen Kleinzeug Wer weiß Vielleicht ist hier Das Unique-Item versteckt Was Die ganze Zeit Schon auf mich wartet Und dann habe ich das Nicht aufgemacht Die Kisten nicht geöffnet Und habe es verpasst Kann passieren Weiß man nicht Ja Das sieht mir so aus Als ob wir eigentlich Größtenteils durch wären Und das ist der Fall Das heißt Wir werden jetzt Sozusagen Nach oben gehen Und noch einmal Ein bisschen identifizieren So viel haben wir jetzt Aber uns nicht rausgeholt Und dann werden wir Uns in der nächsten Folge Dem nächsten Level widmen Und da mal reinschauen Ich werde natürlich Vorher noch aufräumen Alles rausholen Wir brauchen auf jeden Fall Auch wieder Material Denn sonst können wir Nichts Neues craften Das wäre ja doof So werfen wir mal Einen Blick auf das Chaotische Inventar Und zwar haben wir Ein Stormraiser gefunden 7 zu Vitality Hat 4 bis 13 Schaden Okay das ist jetzt Nicht so super toll Chance to hit Ein bisschen mehr Ein bisschen Enhanced Damage Okay Und ein bisschen Cold Damage Eher schlecht Ein Imp Bearer Kite Shield 20 Armor Ja Ist gar nicht so weit weg Von dem was wir jetzt haben Aber ist jetzt einfach Auch nicht super toll Wenn das jetzt irgendwas hätte Off the Moon oder so Das wäre cool Aber das ist es leider nicht Ein Ring of Vitality Plus 2 zu Vitality Hm Okay Minus 2 Damage Taken from Enemies Auf diesem Ring Auch nicht besonders toll Und ein Feinhelm Of the Warms Also ein sehr schöner Feiner Toller Helm Der Wärme Hm 20 Enhemced Armor Das macht allerdings immer nur noch 7 Und das ist nicht viel Und regeneriert ein bisschen Mana Und dafür haben wir noch Arctic First Das sind also arktische Pelze Das kenne ich noch aus Diablo 2 Resistenzen macht das höher Und ja 14 Amor Was nicht schlecht ist Für so einen Umhang Aber gegen 110 Da kommt es nicht so wirklich gegen an Ja und dieses Blaue Schwert hier Das Werden wir einfach mal verschweigen Da breiten wir den Mantel des Schweigens drüber So ich würde sagen Damit Werden wir hier jetzt auch erstmal beenden Das nächste Mal gehen wir Ein Level tiefer Und gucken mal was da auf uns wartet Ich denke mal Da finden wir dann auch noch Ein paar andere Spannende Gegner Und Schauen wir Wie wir da durchkommen Dann Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss